Menschen ringen in den Spitälern um ihr Leben, Angehörige trauern um die Opfer des Terrors. Das gesamte Land befindet sich im Schock, möglicherweise sind noch nicht einmal alle Täter gefasst. Und was machen jene, die mit ihrer verdammten Politik, mit ihren politischen Tagträumen, diese Unsicherheit, dieses Blut, diesen Terror, diese Toten, diese Verletzten, diese um ihre Leben ringenden und um ihre Angehörigen bangenden aufbereitet haben? Die Verharmloser, die Begünstiger, die Wegbereiter, die Verduscher, also jene, die mit ihrer Ideologie, mit ihrer Politik die Mitschulter am Tode von Menschen tragen, rufen nun zum Boykott gegen Medien auf, in diesen Stunden. Zum Boykott gegen Medien, die diese Bilder des Anschlages schonungslos gezeigt haben, nichts verduschen, nichts beschönigen. Ja, man darf das Grauen dieser Realität zumindest nicht mehr zeigen. Bilder von Gänseblümchen werden angebracht oder am besten überhaupt Katzenbilder. Nur nicht die Fraze des Terrors zeigen, denn das passt nicht in die Inszenierung, in die romantische Geschichte des rosaroten Einhornlandes und seiner politisch korrekten Armada, der Beschöniger und Lügner. Während der öffentlich-rechtliche bis 23 Uhr von einer Schießerei oder vielleicht von einem Amoklauf spricht, er stottert. Die in diesen Redaktionen sitzenden Gesellschaftsspalter bis zuletzt erflechendlich gehofft haben, es handele sich doch bitte um einen Rechtsextremen oder vielleicht einen psychisch kranken. Diese Urteile nun über Medien, die nur ihrem Informationsauftrag nachgekommen sind, die Bevölkerung voll zu informieren. In diesen Reaktionen, in diesen Boykott-Aufrufen, in diesen Versuchen der Zensur zur Stunde, zeigt sich die Verkommenheit des Landes, die Feigheit der Gesellschaft, die Heuchelei der ach so eleganten Meinungsmacher, die in ihrer politischen Korrektheit die Realität zur Unkenntlichkeit verdrehen. Jene Heuchler, die die Bilder der Toten aus dem Mittelmeer ja fast auf 18 Bogenplakaten in Hochauflösung affichieren, echauffieren sich jetzt über die Bilder der Toten auf unseren Straßen, der Toten ihrer eigenen Unfähigkeit. Nicht über den Täter, einen vorbestraften, vorzeitig entlassenen IS-Anhänger, einen freilaufenden, amtsbekannten Gefährder wird diskutiert, sondern ob der Tatsache, dass man mündigen Menschen die Wahrheit nicht mehr zumuten kann. Und all jene, die bei diesem Ablenkungsmanöver mitmachen, die machen sich gleich heute für die künftigen Anschläge mitschuldig. Die Wahrheit kann nie verletzend sein. Sie ist den Menschen zumutbar, zumindest in einer offenen, liberalen Demokratie.